Musik Schon seit der Antike haben die Menschen immer versucht, die Farben in ein einfach zu überschauendes System zu ordnen. Von Isaac Newton über Johann Wolfgang Goethe bis hin zu unseren modernen Drucksystemen gibt es verschiedenste Ansätze. Das heute bekannteste und im Alltag gebräuchlichste System ist der Farbkreis nach Johannes Itten. Johannes Itten war ein Schweizer Maler und Kunsttheoretiker, der Anfang des 20. Jahrhunderts tätig war. Er war unter anderem ein wichtiges Mitglied des Bauhauses in Weimar in den 1920ern. Itten interessiert sich vor allem für das Zusammenwirken von Farben. Daher ist ein wichtiger Teil seiner Farblehre, neben dem uns bekannten Farbkreis, die Lehre der Farbkontraste. Die Grundidee aller Farbtheorien ist, dass es möglich ist, alle bunten Farben aus wenigen Grundfarben zu mischen. Ausgenommen aus diesen Farblehren sind hier Schwarz, Weiß und die Grautöne. Sie werden allgemein als Nichtfarben bezeichnet. Logisch, wenn man sich überlegt, dass zum Beispiel ein Foto ohne Farbe einfach ein Schwarz-Weiß-Foto ist. Für Überlegungen in der Farblehre sind Schwarz und Weiß also denkbar ungeeignet. Im Gegensatz zu den meisten seiner Vorgänger geht Johannes Itten von drei Farben aus, aus denen sich das gesamte Farbspektrum ergibt. Cadmiumgelb, Cyanblau und Magenta-Rot. Diese drei Farben bezeichnete er als Farben erster Ordnung, nach dem lateinischen Wort Primus, der erste, als die Primärfarben. Diese Farben können nicht aus anderen Farben gemischt werden, ähnlich den Primzahlen in der Mathematik, die auch nur durch sich selbst teilbar sind. Mischt man dann diese Farben zu gleichen Teilen, bekommt man die Sekundärfarben, nach dem lateinischen Sekundus, der zweite. Gelb und Cyanblau ergeben Grün, Gelb und Magenta-Rot ergeben Orange-Rot und Magenta-Rot und Cyanblau ergeben Violett. Wenn man dieses Spiel immer weiter macht, kann man also theoretisch alle bunten Farben ermischen. Dass das funktioniert, kann jeder selbst an zwei Beispielen ganz einfach überprüfen. In einer bunt gedruckten Zeitung kann man erkennen, dass alle Farben aus übereinander gedruckten Rasterpunkten der drei Primärfarben entstehen. Die endgültige Mischung findet erst im Auge statt. Man spricht hier von einer optischen Mischung. Noch deutlicher wird es, wenn man sich einmal die Tonerkartuschen oder Tintenpatronen eines handelsüblichen Farbdruckers ansieht. Hier findet man die Kartuschen in den Farben Agenta-Rot, Cyanblau und Gelb, zusätzlich noch eine in Schwarz. Der Drucker mischt also alle bunten Farben aus diesen drei Farben. Johannes Itten hat mit seinem System also ins Schwarze getroffen. Der Kern von Johannes Ittens Farblehre ist aber nicht, wie man oft denkt, der Farbkreis an sich, sondern, wie die Farben darin miteinander in Beziehung stehen. Wenn zwei oder mehr Farben zusammenkommen, ergibt sich ein sogenannter Farbkontrast. Itten unterscheidet sieben Hauptkontraste. Diese schauen wir uns jetzt einmal an. Der Farbe-an-sich-Kontrast ist der einfachste und grundlegendste Kontrast. Er entsteht, wenn zwei oder mehr der reinen Primärfarben zusammenstehen. Wir empfinden diese Kombination als sehr bunt und fröhlich. Ein Grund, warum wir den Farbe-an-sich-Kontrast oft in Kinderspielzeug und Clowns-Kostümen finden. Der Hell-Dunkel-Kontrast ist genau das, wonach er klingt. Er kann sowohl bei bunten als auch bei unbunten Farben entstehen. Eine helle Fläche steht gegen eine dunkle Fläche. Sie intensivieren sich gegenseitig. Im Endeffekt ist dieser Kontrast in irgendeiner Form fast immer zu entdecken. Der Kalt-Warm-Kontrast wirkt aus unserer Wahrnehmung, dass wir manche Farben eher als warm, andere eher als kalt empfinden. Rot-, Gelb- und Orangetöne verbinden wir mit Wärme, während Blau- und Blau-Grüne-Töne für uns kalt sind. Der Kalt-Warm-Kontrast ist ein beliebtes Mittel, um gegensätzliche Dinge eines Bildes zu zeigen oder in Landschaftsbildern Entfernungen darzustellen. Hier spielt die Verblauung in der Perspektive eine Rolle. Je kälter etwas wirkt, desto weiter entfernt sieht es für uns aus. Der Qualitätskontrast unterscheidet, wie rein die Farben sind. Mischen wir einer sehr intensiven bunten Farbe eine unbunte Farbe hinzu, entsteht eine schwächere Version der Ursprungsfarbe. Zum Beispiel mischen wir ein kräftiges Rot mit Weiß, ergibt sich Rosa. Malen wir dann beide Farben in dasselbe Bild, haben wir zwischen diesen einen Qualitätskontrast. Reine Farben, die mit unbunten Farben wie Schwarz, Weiß oder Brauntönen gemischt werden, nennen wir auch gebrochene Farben. Der Quantitätskontrast entsteht, wenn verschieden große Farbflächen miteinander arbeiten. So kann eine große gelbe Fläche mit einer kleineren blauen Fläche eine andere Wirkung erzielen, als eine große blaue mit einer kleinen gelben. Dieser Kontrast ist besonders in den Werken der Expressionisten von Bedeutung. Nun der, wie ich meine, wichtigste Kontrast, der Komplementärkontrast. Der Komplementärkontrast ergibt sich, wenn zwei Farben, die sich im Farbkreis genau gegenüberstehen, zusammentreffen. Wir empfinden diese Kombination als besonders harmonisch und ansprechend. Ein Grund, warum viele Menschen gerne ihre Kleidung nach diesem Prinzip kombinieren. Zentrale Beispiele für den Komplementärkontrast sind Magenta-Rot, Grün, Gelb-Violett und Zürenblau-Orange-Rot. Gerade in Bildern, in denen die Künstler um Ausgewogenheit und Harmonie bemüht waren, finden wir solche Farbkombinationen. Der Simultankontrast kommt zustande, wenn verschiedene bunte Farben direkt aneinanderstoßen. Diese Farben beeinflussen einander. Betrachten wir eine blaue Fläche in einer gelben Umgebung, wirkt diese ganz anders als in einer beispielsweise grünen Umgebung. Wichtig ist, dass die beiden Farben einander nicht als Komplementärfarben entsprechen, also sich im Farbkreis nicht direkt gegenüberliegen. Unser Auge sucht diese Harmonie, findet sie aber nicht. Die Farben beißen sich und regen uns etwas auf. Der Simultankontrast wirkt anregend und lebendig auf uns. Wenn wir die Farbmischungen und die Kontraste kennen, hilft uns das nicht nur beim Anschauen von Bildern, sondern auch dabei unsere eigenen Bilder zielgerichteter zu gestalten. Will ich Harmonie? Will ich Aufregung? Will ich Raumtiefe? Die Farblehre Johannes Ittens gibt uns das Werkzeug für starke Bilder in die Hand.